Don't forget to subscribe! Spürhund, heißen sie. Stimmt, Spürhunde und Kriegshunde. Kriegshunde, die sind nicht belebbar und die Spürhunde sind belebbar. Stimmt, so war das. Das sind nur drei... Ich meine so, Fokustel. Kommandement. Richtig. So. Loll? Nutka, Keulenkrieger. Hat er irgendwelche komischen Haare? Äh, Zähne meinte ich? Ich bin kein Kannibale. Sieht doch so aus wie ein Kannibale. Ich bin kein 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 Kannibale. So. Das sind ja nur zwei. Ich bemerke mich gerade. Ich bin kein Kannibale. Okay. Kaserne Stahl, habe ich. 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 Aber Peanut ist echt der geniale Name. Peanut! Beifuß! Erdnussbutter, komm her! Kaserne Stahl, habe ich. Kaserne Stahl, habe ich. Bif�fluo,wość! Kaserne Stahl! Auftrag! Jawohl! Heil? Riecht? Ich weiß nicht, und da kommt er nicht durch? Ich würde am liebsten gerne die Karte drehen, aber ich glaube, es geht hier in diesem Spiel gar nicht. Ich glaube, es funktioniert in Age of Mythology. Oder vielleicht musst du es unter Optionen einstellen. Das kann auch möglich sein. Aber jetzt so funktioniert es nicht. Äh... Kommandament, vorstär. Heil? Und recht. Und recht. Und recht. Und recht. Ready? Vorstär. Jetzt geht's los. Kommandermann, ready? Wow! Ready? Post an. Kommandermann, wir machen uns. Wir wollen. Hm? ... ... Ah, sie kommt nicht mal da rauf. Gut zu wissen. Dann... ...Attack. Können die nicht mal ganz normal laufen? Der ist ja schnell draufgegangen. ... Wir müssen weiter angreifen, egal wie hoch die Verluste sind. Wenn die Briten gegen uns kämpfen, können die Irokesen einen Angriff von der anderen Seite starten. Kommandra. änhh... ... ... ... Was ist das? Oh Diese Irokesenkrieger werden die britischen Bleichgesichter büßen lassen. Alle britischen Gebäude zerstören, um Canyon Cave und Sonneke zu fallen. Okay, im Handelsposten beim Irokesen-Dorf können Sie Irokesen-Schutzschilde ausbilden. Schutzschilde eignen sich hervorragend zum Niederreißen von Gebäuden. Oh! Mach das mal so random. Schwer? Attack! Attack! Oh, now Harry went those. Yes, yes. He went! Alien, up on rock! Yes. Das war's. Der ist eigentlich nur im Weg, dieser Speer. Der ist eigentlich nur im Weg, dieser Speer. Der ist eigentlich nur im Weg, dieser Speer. Ich finde die Stimme einfach so genial. Der Angriff! Sind wieder alle Dorfbewohner wieder vernichtet? Oh Leute! 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 Ale ja! Oh Leute! Ich hoffe das zählt mit! Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Oh Leute! Ausgezeichnet! Oh! 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 Achso, ja, ähm, John Black? Nee, Söldnerdrills. Ah, was ist das? Cool. Ähm, Wundärzte ist auch wichtig und sonst nehme ich noch das. Das ist mir noch ein bisschen unwichtig, aber kann ich ja mal ein andermal holen. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns zum nächsten Mal bei der nächsten Videosequenz der nächste Tag. Beziehungsweise auch das nächste Level. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.